Sie haben keine Rechte. Kann ich schreiben, muss ich aufhören. Oh, was? Hier ist ein Spawner. Was ist das für ein Spawner? Oh, gibt's Spinnen? Ja, soll ich ihn zerstören? Wo denn? Unter dem? Ja, hier. Du machst dir erstmal ein Eisenschwert, ja. Was? Nee, es ist jetzt. Das stören, oder? Okay, ich mach. Ja! Äh, das ist nett, dass ich auch nicht. Ich hab das Tomium-Schwert. Ja! Und ich hab mein Enchanted, das Book mit Looting 3. Mal. Ja, dann zeigen wir die Kiste, nehmen wir mal mit. Ja, mach. Ich hab ein Tomium-Schwert, oder nicht? Was bringt das Schwert? Ich weiß nicht, wie viel Damage das macht. Aber es ist, glaube ich, genauso wie ein Eisenschwert, oder so. Ich glaub, Eisen. Wohl. Schau, dann. Was haben wir denn hier noch? Das kann alles da rein, das kann da rein. Würde ich sagen, in die Tue tun wir dann die ganzen Blöcke und so zum Bauen. Mhm. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. So, Danae und Ash. So, das lass ich jetzt mal so. Cool, ich hab mal einen, Mann. Hast du Wolle? Nee. Wolle, Wolle, Wolle. Ja. Toll. Geht's hier jetzt eigentlich um ein Battle, oder so, oder einfach bloß? Was ist VTV, ist jetzt hier? Ja. Frag mich nicht. Ja, ich glaube, es ist... Wir wollen uns einfach... Ich glaube, es ist kein Battle. Also, musst du halt fragen. Ich war nicht dabei, weil es... Ich war halt zu streamen. Und so, weil ich dir das alles geklärt habe. Ja, so sonderlich viel haben wir nicht erklärt. Ja, dann fragen wir halt noch mal. So. Was ist das, ich bin? Silberwutblock. Aha. VTV. Nein, nein. Man weiß ja nicht, wozu es gut ist. Was? Pinken wie? Da bauen wir gleich mal eine bisschen größere Farbe. Mhm. Da hinten, zack. Zack. Und da hinten auch noch. Okay, die Kuh ist mit einem Schlag kaputt. Jetzt schlagst du es, oder? Ach, ich schau mal einfach an, was man so machen kann. Hä? Das eine ist Teen Ingers und das eine Teen. Mich brauchst du da nicht verhast. Das ist, ah, ein Stahlhelm. Stahl. What? Ich habe einen Stahlhelm, aha. Was ist denn jetzt? Was? Ach, woher du den jetzt hast? Spawner. Spawner. Aha. Brauchst du Karotten zum Anpflanzen? Hey, sind das Flagstheets? Äh, mhm. Ähm, daraus bekommt man aber kein Essen, um Gott zu sagen. Ja, und? Guck mal, Strings, ich gebe dir mal Karotten. Oh, ich... Oh. Brauchten wir die nicht zum Anfang? Doch. Doch. Also, wenn nichts, oder? Doch, ich glaube, Strings und Strings sind schon wichtig. Ach, ich habe vergessen, brauchst du jetzt noch Karotten, oder nicht? Ja, ich brauche noch Karotten. Und ich mache mich mal auf die Suche nach einer Höhle. So, finde ich. Gefunden. Das steht halt erstmal unter unserem Grundstück weitergekommen. Ne, unter unserem Grundstück machen wir dann eine Mining Turtle. Was auch immer das ist. Das ist eine Maschine. Die kann man einstellen und die... Die baut dann für dich Steine und solche Sachen ab. Kannst du eigentlich, wie groß das sein soll, was sie abbauen sollen, usw. Okay. Klingt nicht schlecht. Hm, ja, ja. Okay, was ist das? Ich bräuchte Wolle. Dann könnte ich mal den Cashew machen. Ich bräuchte Wolle. Hier ist nichts. Nichts, nichts. Ah, hier sind Schwe... Ah, da sind Schafe! Schafe! So. Flo? Ja. Okay, wir sehen noch da was. Ich habe jetzt vier Schafe, das heißt vier Wolle. Das heißt, noch zwei Wolle für zwei Wolle. Oder? Hallo, Wolle? Hallo, Wolle? Ja. Okay. Oh, ist das so. Ich lasse gleich mal die Karotten gleich mal nachwachsen, oder? Ja, mach. Schweinchen. Oh, ja, hier kann man ja alles noch mit einem Mal draufklicken. Ja. So. Aha, Gamer. Aha. Was macht der Gamer? Mit der Gamer? Gamer. Es sind Hunde! Wohl. Hunde! Ich will einen Knochenraum. Ach, damit kann man nur Strings ernten. Mit Flex? Ja, habe ich doch gesagt. Ja. Ja. Ja, das wusste ich nicht. So. Aber Strings sind auch ganz schön wichtig. Mh-hm. Scheiße. So. Kommst du langsam zurück, weil es nacht wird. Aber ich glaube, ich habe nicht so günstig, wenn du da noch draußen rumrennst. Warte, ich habe Bienen. Ich habe Bienen. Bienen. Ich dachte, man braucht einen Kescher. Jei. Den habe ich mir gemacht. Cool. Okay, dann komme ich mal zurück. Wie macht man den Kescher? Ja, schau halt. Boah, muss ich den jetzt suchen? Ja, suchen. Ach, du Scheiße. Hast du auf Englisch oder Deutsch? Deutsch. Ja, such mal Kescher. Ob es auf Deutsch ist oder... Ja, wo kann ich den denn suchen? Ach, da unten ist es. Ah, da ist er. Ach, machen wir auch die Wolle dazu. Okay. So. Kann ich das? Ja. Warte, was ist das? Das kann ich nicht mitstellen. Ich bin gleich da, Flo. Ich bin gleich da. Gut, gut. Ah, da hinten kommst du. Ja, tu ich. Du hast noch ein String für mich. Ich habe keine Strings. Oder eine Wolle. Ich habe eine Prinzessin und eine Drohne. Aha. Okay. Hi, Flo. Ah, du hast doch schon ein Bett. Mhm. Warte. Okay. Okay. Oh, okay. Haben wir noch Eisen? Hast du Eisen für mich, Flo? Oder nicht? Oder doch? Nee. Hm. Dann kannst du mir deine Eisenspitze abgeben, falls du eine hast. Wieso? Ähm, weil dort ein Erz ist, was ich nur mit Eisen abbauen kann. Ja komm, da gehen wir zusammen hin, oder? Okay. Ich wette, wenn wir weggehen, sagen sie, wir sollen schlafen. Ich wette. Ich wette. Ja, dann haben sie Pech gehabt. Hm. So kann man es auch sehen. Wie viele Rüstungsteile gibt denn die der Helm? Eins. Oh. Ich habe einen Kescher, ich werde aufpassen. Oh, ich hätte mir auch einen machen können. Egal. Oh. Flo, kannst du mir helfen? Okay, du hast alles. Ja. Hier ist das Erz, irgendwo. Ja, hier ist Kohle. Naja, das habe ich auch schon gesehen. Das ist grüne. Ja, das ist grüne. Das ist grünliche. Ich weiß nicht, was das ist. Gib ihm mal. Uranium. Oh, Uranium. Uranium braucht man für Atomkraftwerk, glaube ich. Ja. Wir dürfen ja nur eins machen, wenn wir es gut sichern. Was? Achso. Wir dürfen ja nur eins machen, wenn wir es gut sichern. Ich würde sagen, wir machen kein Risiko und bauen uns irgendwas eine andere Sturmquelle. Ich würde es schon sagen. Warte, wie kann ich? So kann ich. 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 Achtung, Zombie. Was ist denn der für ein Face? Keine Ahnung warum. Die ist so auch schon, aber. Au. Hat der Aimbot? Der hat doch. Das ist dringend. Der hat doch Aimbot. Bist du? Alter, der im Rückstoß wurde. Ja, und Aimbot. Au. Ja, Rückstoß und Stärke. Auf jeden Fall tut der sehr weh. Hast du ihn bekommen? Ja, du hast ihn bekommen. Für den Bogen? Nee, leider nicht. Oh, Zombie in Lederrüstung. Den knopf ich mir vor. Au. Alter. Alter, Flo. Wie viel Damage hat der gemacht? Ich hatte nur noch ein Herz. Ich hatte ein halbes, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr so. Alter, Fu. Ich glaube, die Monster sind ein... Ey, was bringt ne Minim... Was bringt ne... Warte, wie heißt... Minium-Scherbe. Minium-Scherbe? Gib mal. Ich weiß nicht mehr. Gib mal. Ich fließ ihn kurz an. Ah, Min... Das sind Minium-Scherbe. Das kann man sich dann Minium-Scher... Äh, Minium-Schein machen. Später. Und das... Und da kannst du zum Beispiel aus Eisengold machen, dann aus Gold-Dias. Oder andere Sachen halt umwandeln. So. Ach, Spinde, du kannst nix. Ich hab' Lederkappe. Ich hab' einen Stahlhelm. Ich bin besser. Lederkappe. Stahlhelm. Ne Kimmuch-Gemühe. Dann gehen die immer in den GM. Was haben die? Die gehen immer in den GM. Da ist ein Dorf! Ne. Jawohl. Ich darf nur kurz einen Ratschlag geben. Es gibt hier sehr viele Fallen. Sehr viele Fallen gibt's im VTW. In den Dörfern? Generell auf Wiesen. Warte. Kescher. 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 Es sind... Aha. Ich weiß noch nicht so genau, was man damit machen kann. Oh, da ist ein Spawner. Da ist ein Spawner. Sieht ja mal geil aus. Was? Was ist? Flo? Geh. Tränen sind auch da rein, oder nicht? Ich weiß nicht. Erstmal bessere Rüstung, würde ich sagen. Ich würde sagen, du willst noch fahren. Ja. Oh mein Gott, ich habe schon gedacht. Flo, willst du da runterspringen? Das ist ja schön da unten. Ich habe eine Stahlspitzhacke. Und ein bisschen Koks. Koks! Und ein Bronzespringen. Ja, gib mir Koks. Ich will Koks. Ich will Koks. Ich will Koks. Ich will Koks.